Okay, neuer Versuch. Einmal weitermachen. So, komm, mach hin. So, weiter geht's. Ja, letztes Mal gestorben. Fangen wir wieder von vorne an, würde ich sagen. Oder hast du gesagt, wieder in dem Level, wo wir uns jeden Mal gestorben sind gestern? Hä, was? Wieso bist du denn schon weitergelaufen? Hallo, hä? Jetzt komm ich da jetzt nicht hoch. So, jetzt aber. Dunkelhaun habe ich auch für die Super Nintendo. Ja, die wollte ich eigentlich auch für die Super Nintendo spielen, aber das Problem ist, ich habe das nicht bekommen zeitig, deswegen spielen wir das jetzt. Und ich hoffe mal, dass das dann auch Spaß machen wird. Und gestern wird zigmal hier in dem Level gestorben. Hä? Oder nicht? So. Aha! Nein, ich wollte die Musik weiterhören. Hä? Okay. So, da vorne müsste der Speicherpunkt sein. Kacke. Okay. Ach, Mann. Ach ja, stimmt. Ich darf ja nicht reinfallen. Ah! Ich mag das Level nicht. Oh! Oh! Komm her! Der Frogger. Nein! Oh Mann! Ich wollte die Damage pusten. Ich hasse den Typen. Da weißt du nie, wie du drauf spielen sollst. Das Spiel hat mich auch sehr viele Nerven damals gekostet. Ja! Soll das, wir sind in Welt 2 oder so? Was. Ja! Ich habe es? Schon wieder. So, da bin ich letztes Mal gestorben. Wir haben es geschafft. So, Crank is Cavern. Okay, dann habe ich nicht gesehen. Blablabla. Du gehst ein extra was? Okay, er will pennen. Nicky's Nuts. Ist es ein Bossgegner? Ja, ist es ein Bossgegner. Das war's schon. Du, 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 du. Wom geht's denn jetzt so gut? Okay. Vine Valley. Okay, da geht's nicht weiter. Erinnert mich ein bisschen an, an den, an die Wälder aus, äh. Hey! Okay. Shit. Wenn wir hier sterben, sind wir tot. Ach komm. Na, wenn wir hier sterben, müssten wir alles noch auf den vorne machen. Das ist das Problem jetzt. Und es sind keine Bananen, also keine Erwinnswerpen. Nein, warum? Nein! Ich will nicht. Ja, nicht alles, aber wir müssen dann nochmal das Kacklevel das eine machen. Okay, eine Banane brauchen wir noch. So. So. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Was war das denn? Okay. Ja, alles klar. wo war denn das o äh das k scheiße da kommt bestimmt kein und wieder komplett von vorne da 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 ach schade da super Oh, war das knapp. Hey, das war doch unfair. Ah, kacke. Ah. 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 Ja, das war nicht so schön. Ja. Musst du nicht alles von vorne machen, aber das Kacklevel nochmal. Ah, hey. Hey. Ja, ja, ja. Ja. Das war nicht so schön. Ich sehe nichts. So. Ich gehe jetzt hier lang und hole jetzt das K. Ja. Oh. Oh. Mal zwei. Pff. Ich finde irgendwie krass, dass ich hier sogar die Boss-Gigter viel einfacher finde, als den Rest tot spiel. Okay. 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 Kann ich rebrechen. Ich gucke mich auf die Mischung. Ja eigentlich schon. So jetzt fehlt noch das G. Und da kriegen wir ein Leben. Ich verstehe nicht, dass man nur ein Leben bekommt. Weil die teils echt scheiße sind. So wir haben es. So ich gehe nochmal speichern. Und dann hoffe ich, dass das bleibt. Da war ich bestimmt zwei Versuche für. Was ist mit dem falsch? So, erster Punkt. Oh, das war's. Schön. So ist das Spiel viel zu gemeint. Ich weiß, ich finde das ja noch nicht mal schlimm. Was mich halt stört, ist hier zum Großteil dieses, dass man, dass man so weit von vorne anfangen muss. Das stört mich an dem Spiel. Den Rest finde ich gar nicht mal so schlimm. Den kann ich verkraften. Ach, Kacke. Ich dachte, er wäre noch genug. Oh, das war knapp. Oh, das war. Ich habe das. Nein, shit. Ich kann auch so einen Speicherpunkt, sehr schön. Wo auch immer das K ist. Wieso kann man hier hoch? Das war knapp. Ah, kacke. Nein! Nein! Ich muss sagen, das Spiel macht total Laune. Also man hat auch irgendwie die ganze Zeit Bock, es trotzdem weiter zu spielen. Und das finde ich schon krass. Also ich hatte auch gestern weiter gespielt, ich wollte aber eine Pause haben. Also ich habe da auch schon so überlegt, boah. Weil am Abend hätte ich schon wieder weitermachen können. Ist so ein bisschen wie bei Metroid halt. Obwohl ich muss sagen, bei Metroid habe ich das nicht so extrem. Also wie gesagt, wäre die Speichersituation ein bisschen anders. Beziehungsweise würde einfach so wie bei Mario gesagt werden. Ja, du musst halt nur das Level von vorne anfangen. Nein, shit. Das war knapp. Oh Gott. Ich hätte nur den besiegen müssen, ne? Also, wenn das keine Referenz hier an, an, an Star Wars ist, dann weiß ich auch nicht. Kommt noch einer? Scheiße. Ich habe schon gesagt, das sieht so extrem nach Endor aus. Nicht Endor, wie heißt das hier? Doch Endor, genau. Habe mich jetzt mit Alderaan vertan. Oder dachte ich hätte mich mit Alderaan vertan. Die Fässerdinger mag ich total. Also hier finde ich die ein bisschen anstrengend, aber... Okay. 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 da stimmt die buchstaben bei merke ich das finde ich aber geil dass die buchstaben gespeichert bleiben es ist eine banane und das ist aber nett ach shit nein kann mir immer mehr moment ok das mache ich gerade extra übrigens nur falls ihr euch fragt das spiel ist auch super gerade der effekt ohne zeit und das sein ist toll ich muss sagen ich mag auch tatsächlich donkey kong kant also ich habe ja nur und 64 habe ich gespielt aber ich muss sagen mir gefallen die tatsächlich um einiges besser die spiele ok ok nein ach man ja ok 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017